Hallo und herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dingelsbühl auf unserem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute zum Thema von einem etwas älteren Fahrzeug euch mal das Dach zu zeigen, wie man heutzutage definitiv keine Solaranlage mehr montiert. Es wird leider immer wieder so gemacht und ja, ich verrate gar nicht mehr. Wenn es euch interessiert, bleibt bitte definitiv dran und ich erzähle euch noch einen kleinen Überblick von der Woche, wo ich euch überall mitnehme und was heute diese Woche alles passiert bei uns und wo ich wirklich natürlich euch auf alle Fälle dabei sein lasse. Ja, ab in die Werkstatt, dann schauen wir mal, was da alles los ist. Ein wunderschönes Fahrzeug hier, was wir ja schon vor längerer Zeit mal da hatten und umgebaut hatten. Was haben wir hier reingebaut? Hier haben wir eine kleine Kombi reingebaut, eine 2060, einen 200 Amperestunden Lithium-Akku, Solarregler, das Energiepaket einmal komplett erneuert für dem Fahrzeug und ja, der Kunde ist sehr zufrieden damit. Doch jetzt haben wir die Solaranlage im Visier, weil da kriegt er erneuert und das gestaltet sich gerade auch sehr aufregend, aber ja, nichts was nicht lösbar ist und dazu schauen wir einfach mal aufs Dach und schauen uns das einmal ein bisschen genauer an. So, bevor wir jetzt aufs Dach gehen, schauen wir uns einmal die alten Module an. Das sind die hier, zwei Stück an der Zahl. Also, erstens einmal sind die ellen schwer, also echt verrückt und ich glaube, die haben auch wirklich ihre Zeit gesehen. Ich habe sie nicht gemessen. Technische Daten stehen hier leider gar keine drauf, aber ich werde mal mit dem Kunden reden. Das schaut so aus, als ob das 100 Watt Module wären. Aber wie gesagt, ich werde mal mit dem Kunden reden, ob wir hier mal eine kleine Messung machen dürfen. Mal schauen, was von denen da noch reinkommt oder was da passiert. Aber ich glaube, Solarer Hamburg, ich glaube, dass das wirklich überschaubar ist. Und leider waren die ein bisschen seltsam montiert. Und da gehen wir jetzt mal hoch zusammen. Bitte nicht wundern, da schaut es noch ein bisschen aus, weil, ja, das Dach hat es echt in sich. Und ihr seht schon hier, der Worst Case aller Dächer. Katastrophaler Zustand. Überall hier Löcher drin. Es wurden ganz wilde Dinge hier fabriziert. Und zwar wurden hier solche Winkel verbaut. Und die wurden leider nicht nur geklebt, sondern eben hinten, hier hinten auch jeweils eben hier verschraubt. Und da waren dann teilweise die Schrauben rostig schon lose drin. Und ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Sache. Auch hier war unter dem Paneel, war gar kein Paneel drauf, weil die alten Paneele waren hier links. Also hier und hier. Und hier war überhaupt kein Paneel, war aber auch ein Loch im Dach. Ein kleines. Ich weiß nicht warum, da ist irgendwann einmal was Spitzes hingeflungen oder ich habe keine Ahnung, wie das da zustande kam. Und ja, da müssen wir uns jetzt ein bisschen was einfallen lassen. Das müssen wir alles reparieren. Auch war das Dach komplett grün. Wir haben das echt mühevoll komplett sauber gemacht. Ich habe jetzt leider kein Bild vorher gemacht. Aber ich zeige euch gleich was anderes, dann kriegt man so einen kleinen Eindruck. Hier war die Klimaanlage. Die haben wir rausgemacht. Dafür kommt ein Max-Van rein. Da haben wir den Rahmen schon fixiert und neu eingedichtet. Und ja, jetzt teilen wir gerade die Solarplatten ein. Bevor wir die aber hier einteilen, müssen wir natürlich solche Dinge hier erst zumachen. Die Kabelkanäle waren leider auch geschraubt. Das ist auch wieder so eine Sache. Habe ich kürzlich erst wieder gehabt. Also hier war ein Kabelkanal. Ihr seht es auch hier. Der war wieder verschraubt. Ich weiß nicht. Ich habe auch letztendlich mal ein Neufahrzeug da gehabt. Hier auch verschraubt. Wo Kabelkanäle verschraubt waren. Ich sage immer Leute, in das Dach wird grundsätzlich nie eine Schraube reingemacht. Also bei uns wird nichts verschraubt. Weder hier die Spoiler. Hier wird sauber geprimert, geschliffen und geklebt. Das einzige, was verschraubt wird, ist der Spoiler am Modul. Es ist aber auch schon alles, was verschraubt wird. Ansonsten wird nichts verschraubt. Also das geht überhaupt nicht. Man macht das Dach kaputt. Noch dazu dann normale verzinkte Schrauben nehmen. Die nächste Katastrophe, weil dass die irgendwann weg rosten, ist ja auch klar. Also das macht man einfach nicht. Das geht nicht. Man muss das anständig sauber machen. Und nicht hier so wilde Beschädigungen am Dach übrig lassen. Und ja, wir dichten jetzt das alles neu ab. Wir gucken, dass das alles wieder schön wird und dicht wird und sauber wird. Und da nehmen wir euch natürlich mit, wie wir das alles machen. Dann bekommt ihr die Hochvolt-Module von WCS. Da müssen wir mal gucken, wie wir die Einteilung machen. Der Kunde wünscht ca. 500 bis 600 Watt Peak auf dem Dach zu haben. Das wollen wir natürlich auch ohne Probleme bewerkstelligen können. Da habe ich jetzt keine Bedenken. Und ja, das ist jetzt die Aufgabe. Und da wagen wir uns mal ran, um dann eben sowas hier definitiv nicht mehr zu sehen. Und das dann auch wirklich... Mensch, das haben wir schon drüber lang. Das ist kitsch scharf. Das ganze Dach tut echt weh. Also das ist echt schlimm. Es sind natürlich die Klebestellen noch dazu. Wenn man anständig klebt, dann muss man überhaupt gar nicht schrauben. Also überhaupt gar nicht. Da gibt es überhaupt keine Veranlassung dazu. Es geht definitiv ohne. Hier sehen wir die alte Klimaanlage, die auf dem Dach war. Die war da montiert. Also echt ein riesen schwerer Brocken. Und also ich glaube, auch die hat ihr Zeit gesehen. Also ihr seht schon, die ist schon ein bisschen älter, das Teil. Und ja, hier zum Beispiel habe ich so die Dachdurchführung. Und mein Gott, hier liegt jetzt alles Mögliche drin. Hier war die Lüsterklemme. Natürlich wieder Lüsterklemme. Aber gut, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, was ich davon halte. Aber was ich euch vor allen Dingen auch zeigen möchte, was gravierend ist. Hier ist alles mit Silikonart geklebt. Jetzt leeren wir das einmal kurz hierher. Da unten auch. Alles mit Silikon abgedichtet, was man gar nicht macht. Und daraus hat sich natürlich auch ergeben, dass hier in der Dose Feuchtigkeit war. Woran sieht man das? Das sieht man natürlich hier. Die Listerklemme voller Rost. Also man sieht ja auch die Schrauben da drin, alles rostig. Das ist auch nicht wirklich prickelnd. Hier hat man dann die Solarleitung anklemmt. Auf der Seite ist man dann ins Dach gegangen. Und die ganzen Schrauben da drin sind verheerend rostig. Also das heißt, extrem Feuchtigkeit war da drin. Juhu, die Welle. Und hier sehen wir mal die Schraubenköpfe. Klar, aber viel schlimmer ist, teilweise waren die ja so mit Beilachscheibe verschraubt. Und wenn wir die jetzt hier rumdrehen, dann sieht man ja schon, wie weit die Feuchtigkeit so grob ins Dach rein ist. Weil die halbe Schraube ist alles hier rostig. Und das zieht natürlich dann alles in die Dichte. Also weil die Beilachscheibe liegt ja oben auf und das Gewinde ist drin. Und daran sieht man ja, wie weit die Feuchtigkeit hier schon rein zieht. Und das ist genau der Grund, warum man definitiv keine Schraube ins Dach macht. Weil die Feuchtigkeit hier ins Dach geht, die geht in die Isolierung. Und das ist lauter Gammelscheiß. Also das macht man natürlich überhaupt gar nicht. Hier sieht man sie auch ganz schön. Hoppala. Bei der Schraube. Schaut euch das an. Also auch die ist ziemlich reingerostet. Nicht ganz so weit wie die andere, aber auch ziemlich. Und da sieht man, wie weit die Feuchtigkeit durchgeht. Und das sind, ja, das sind Dinge, wo nicht funktioniert. Dann wird die Schraube lockert, dann hält der Kopf nicht mehr. Irgendwann fliegt er ab und bla bla bla. Und schon war es das mit der ganzen Geschichte. Und alles wird klitschilatsch nass. Und das Wohnmobil gammelt so langsam vor sich hin. Und das ist der Grund, warum man definitiv keine Löcher im Dächer macht. Das geht anders heutzutage. Es gibt ganz tolle Kleber. Da muss man keine Löcher machen. Und ich sage auch immer, grundsätzlich ist das total falsch. Es wird geklebt und nicht geschraubt und nicht gebohrt. Ja, dann haben wir hier schon wieder das erste Auto reingefahren. Einen Knaus Platinum. Der kriegt jetzt nicht einen großen Umbau. Der war auch schon mal da. Den habt ihr auch schon mal gesehen. Auch ein Stammkunde von uns. Da bauen wir jetzt vom WCS noch einen Rapid ein. Und ja, noch ein paar Heosave-Schlösser und so weiter. Und dann ist der auch schon wieder fertig. Dann kommt der nächste Knaus. Der wurde heute abgegeben. Dann machen wir eine Diesel-Heizung. Diesel-Luft-Heizung. Unterflur verbauen wir da. Dann haben wir nur einen Kastenwagen da. Der kriegt auch noch ein bisschen was. Und ja, da freue ich mich auf alle Fälle. Euch diese Woche wieder einiges präsentieren zu können. Einiges zeigen zu können. Und euch natürlich auch wieder mit auf unsere kleine Wochenreise zu nehmen. Und auch hier wurde wieder fleißig an uns geschickt. Und dafür ganz, ganz lieben Dank. Andreas, du bist einfach der Beste. Du hast uns wieder eine Riesenlieferung gebracht. Und hast extra den Weg hierher mit dem Hänger auf dich genommen. Und dafür wirklich einen mega, mega lieben Dank. Wir werden das alles gleich am Montag wieder umpacken. Richtig sortieren, durchpacken. Ganz tolle Dinge sind da wieder dabei. Einen Haufen Medikamente, Verbandsmaterial, Gehhilfen, Orthesen. Hier ein paar Geschichten, was man alles nehmen kann. Also richtig tolle Sachen. Und dafür schon mal wieder riesengroßen Dank. Auch hier wird uns, was ich immer sage, alte Auto-Erste-Hilfe-Sets zugeschickt. Supergeil. Auch die werden wieder umgepackt und werden dann entsprechend ausgeleert. Wieder hier. Wir sortieren das hier. Seht ihr das? Ich steige mal hier drüber. Es wird hier alles sortiert. Das machen unsere fleißigen Damen im Büro. Hier wird alles mit Thermodecken und so weiter. Hier haben wir Kompressen, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, Mullbinden. Hier wieder Haufen Kompressen, Kochsalzlösung, hier Haufen Mullbinden. Wir sortieren das alles dementsprechend sauber raus. Hier haben wir so ganzes O-Scheren, was man alles verwenden kann zum Verbandsmaterial schneiden. Alles, was wir so brauchen. Und hier wird noch aussortiert. Das kam auch per Post. Ganz lieben Dank dafür. Desinfektionsmittel, Medikamente. Hammer. Wirklich Hammer. Und ich kann nur immer wieder Danke dafür sagen, dass er euch so rege beteiligt. Das liegt mir, wie im letzten Video auch schon gesagt, echt am Herzen. Damit wir da nicht aufhören damit. Hier wieder einiges gekommen. Mega. Mega, mega, top. Kinderwagen, auch eine tolle Geschichte. Auch top. Ganz lieben Dank dafür. Auch der wird garantiert einen Abnehmer finden, wie ich ja drüben war am Wochenende. Das erste, was gleich gegriffen wurde oder was da gleich gebraucht wurde, waren zwei Kinderwegen. Auch toll. Hier ein paar warme Sachen wieder. Und ja, also echt ganz, ganz lieben Dank, Andreas. Auch dir für deinen Einsatz extra hierher zu fahren. Sind ja doch ein paar hundert Kilometer. Danke. Ich kann nur immer wieder sagen, Danke. Ja, so macht man das nicht mit der Solaranlage heutzutage. Ich meine, vielleicht war damals, weiß nicht wann die montiert wurde, weiß ja gar nicht wer. Ist ja ganz egal. Ich sage nur heute definitiv, bitte, bitte, bitte an alle, die immer wieder das machen oder machen möchten, bitte nichts aufs Dach schrauben. Auch, weil ich immer wieder Neufahrzeuge kriege, wo verschraubt wird. Liebe Händler, die Solaranlagen verschrauben, lasst's halt bitte bleiben. Es ist ein No-Go. Ihr beschädigt das Auto dermaßen und es sind unkontrollierbare Dinge. Diese kleinen, kleinen Löcher da drin. Man tut's einfach nicht. Da kommt unwillkürlich irgendwann Feuchtigkeit ins Fahrzeug. Bitte hört auf damit. Es gibt so tolle Klebstoffe, die dafür geeignet sind. Und wenn man die richtig anwendet, ist ja gar nicht schwer. Es steht auf jeder Kartusche drauf, wie sie zu anwenden sind. Es gibt kleine Broschüren dazu. Es ist doch alles nicht mehr schwer. Man muss heute nichts mehr schrauben. Schon gleich gar keine Solaranlage. Das geht nicht. Das macht man nicht. Bitte. So. Ja, danke auch nochmal hier für die ganzen Spenden, die hier eingetroffen sind. Ich habe echt heute wieder wahnsinnig geflasht. Über Post kam einiges. Der liebe Andreas hat uns den ganzen Hänger wieder vollgebracht. Wahnsinn. Also Wahnsinn. Wir werden das gleich ab Montag wieder durchsortieren, wie ich schon erwähnt habe. Und dann auch gleich wieder neu verpacken und dann wieder arrangieren. Also Leute, hört nicht auf damit. Ich freue mich drüber. Ganz, ganz lieben Dank dafür, dass er uns so fleißig unterstützt. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für ein kleines Like von euch. Und natürlich, wenn ihr Lust habt, fürs Abo. Wir werden bald wieder da sein. Am Dienstag, denke ich, wird es das nächste Video geben. Weil dann haben wir hier bei dem schon einen großen Fortschritt. Den anderen haben wir auch schon fertig. Und mal gucken, vielleicht gibt es auch noch ein kleines dazwischen, wie ich rumkomme. Weil leider Gottes immer nur zwei Mitarbeiter krank sind. Müssen wir ein bisschen ausgleichen, das Ganze. Aber wir kriegen das hin. Da bin ich guter Dinge. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Bleibt mir bitte gesund. Passt auf euch auf. Alles Gute. Bis zum nächsten Video. Alles Gute. Ciao. S Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal.